Oh, sie setzt sich an die Schießbude. Ah, die haben wir noch gar nicht gesehen. Die schöne neue blaue Schießbude. Okay. Das klingt natürlich jetzt erstmal scheußlich. Der erste Punkt klingt richtig widerlich. Was will sie hier? Sim Gem. Okay, da gehen wir mal ganz kurz ein bisschen Gas, weil der erste Punkt doch echt schmerzhaft für die Ohren ist. Rock'n'Roll. Schneller, schneller, schneller. Time is money. Was will sie jetzt hier? Das Schlagzeug lernen. Das kriegen wir gerade hin. Rock'n'Roll. Okay. Hätten wir das? Oh, was macht Amadeus denn hier für ein cooles Gemälde? Die Ninja Fighter? Rock'n'Roll. Das sieht ja gut aus. Sieht aus wie ein Computerspiel. Okay. Gut, wir gehen dann mal kurz Pommesgrün-Weiß machen. Zack, zack, zack. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. So, hier seht ihr die Frames laden langsam nach. Langsam aber sicher, Gott sei Dank. So, was haben wir jetzt hier an Geld? 776 Pfeifen. Okay. Okay. Okay, Susi hat den Balken gleich hier voll für den zweiten. Das ist der dritte, der vierte. Ich weiß gar nicht mehr. Fähigkeiten. Das ist Amadeus. Sie hat schon 7. Das ist gut. So, Susi hat 3. Das heißt, das wird der vierte Punkt. Okay. Okay. Ja, die Farben schmatzen schön. Das ist echt ein cooles Gemälde, was Amadeus hier macht, ey. Okay. We are the Ninja Turtle Heroes. Oder wie heißt der Kram? Ja, aber ich muss sagen, die Wohnung gefällt mir sehr gut. Sie ist noch nicht fertig. Das wissen wir ja. Aber da kann man schon einiges machen. Ah, richtig. Das wollte ich ganz kurz mal gemacht haben. Und zwar, ich hoffe, das geht auf Lau. Und zwar, und zwar, popa. Wollte ich hier, äh, Wandbelag. Da hatte ich einen ganz witzigen gefunden. Und zwar, den fand ich irgendwie ganz... Oh, das kostet Geld. Scheiße, das kostet zwar richtig Geld, aber egal. Das müssen wir uns jetzt einfach mal geben. Weil ich fand, das sieht ganz witzig aus für eine Küche. Oh, cool. So. Zack. Die machen wir wieder runter. Oder sagen wir mal auf Teil zumindest. Ja, schönes Apartment. Haha. Gefällt mir. So, Susi hat echt noch Urlaub. Okay, Amadeus. Wie weit ist sein Bild? Oh, dreiviertel. Das ist cool. Cooles Gemälde. Echt. Okay, Susi hat die Level 4 der Kunst erreicht. Das ist auch schon nett. Allerdings will Susi immer noch ihren Roman schreiben. Das lassen wir es auch gleich mal machen, jetzt hier. Sie will das. Wir brauchen auch Lebenspunkte. Schreiben. Hallo. Schreiben. 1984, äh, 48. Weiter schreiben. Zack. Cooles Gemälde, Amadeus. Muss ich sagen. Gefällt mir, gefällt mir. Was wird das denn jetzt hier? Pflanzenkunde in Grün. Aha. So, okay. Ganz kurz gucken, ob man eventuell, jetzt ist ja Freitag, das heißt Wochenende, schon ein paar Hotspots ausmachen kann. Normalerweise werden die angezeigt. Man könnte auch in der Zeitung nachschauen. Aber ich fände es halt ganz gut, wenn die angezeigt würden, werden die normalerweise auch. Vielleicht brauchst du dafür abends. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jumm. Ab in die Frames. So, das wollte ich auch mal ganz kurz gucken. Wie viele Lebenspunkte hat er schon? 8.000. Da kaufen wir uns mal. Und zwar kaufen wir uns, 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 uns. Wachsam hat er noch nicht. Hä? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ich dachte, das hätte er schon. Ach, das ist Susi. Gut, der hat nämlich, oh, der hat schon 17.000. Cool. Da kaufen wir uns nämlich mal, äh, der Abzucker. Legendärer Gastgeber. Das ist ganz cool. Dann können wir uns nämlich, äh, auch mal bald hier eine Party zu Gemüte führen. Äh, was gibt's hier noch? 10.000 hat er. Reich belohnt. Halte bei Abschluss von Gelegenheiten bessere Belohnungen und höhere Boni. Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Äh, kostet 10 Mille, aber okay. Okay. So, der gute Amadeus hat das verkauft, beziehungsweise, wir betiteln das mal. Ninja Hero. Okay. Machen wir Heroes draus. Okay. Und dann verkloppen wir das Ganze. Yeah, Rock'n'Roll. Okay. Was macht er nur? Was macht er nur? Amadeus. Zusammen tanzen. Ne, das wird jetzt erst mal nicht gemacht. Wir machen ein Stillleben. So, ein Stillleben vom, von der schönen Staffelei. So, 1.000 Pfeifen haben wir jetzt. Mal gucken, ob wir da jetzt hier ein bisschen... Ah, beziehungsweise, ich wollte noch mal ganz kurz hier... Was kostet denn der Quatsch? So, weil ich hatte hier so ein paar schöne Dinge. Hm, Schlafzimmer. Natürlich nicht billig, aber gut, okay. So. So. So, das zentrieren wir auch mal. So, schön in der Mitte. Das sieht auch ganz nett aus. Rock'n'Roll. Ja, wundervoll. Okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, und was war hier noch? Da wollte ich ein paar Schränke, beziehungsweise... Was kostet der? Quatsch. Ganz kurz mal gucken. Fünfzig. Okay. Muss ich ganz kurz nochmal hier die Dinger einschalten. Hallo. So, was war das für einer? Ne, das war der nicht. Genau. Und... Die Pfannen. So, damit sind wir fast wieder pleite. Komm, hier so einen schönen Ikea-Schrank. Damit sind wir auf 8 Dollar, meine Freunde. Nun gut. Dafür sieht die Küche sehr nett aus, finde ich. Das hier fahrt mal, das hier fahrt mal, ja. Gut, Rock'n'Roll. Was machen sie? Okay. Was macht Amadeus von jetzt wieder für schöne Sachen? Ach ja, das war das Stillleben. Aber ganz schön bunt für so eine Staffeleine, boah. Okay, Rock'n'Roll. Jetzt haben wir es hier 14.48 Uhr. Kann man schon irgendwas Hotspots technisch erkennen? Sonst müssen wir doch in die Zeitung schauen. Ah, da ist das Bild. Ihr habt es gesehen, wahrscheinlich. So, aber die Küche ist doch ganz nett geworden, ne? Ja, cool. Weil Susi ist ja eine begabte Köchin, ne? Und gut, ich meine, der Herd ist scheiße, der Kühlschrank ist scheiße. Aber das kriegen wir alles hin. So, Amadeus. Amadeus, geh doch mal gucken. Gibt's hier eine Zeitung? Wochenendgeschehnisse nachlesen. Okay, das ist Susi. Soll sie mal machen. So, Susi hat Schreibfähigkeit 4 erreicht. Das ist schon gut. Wobei, um Millionen von Tantiemen zu kriegen, brauchst du noch ein bisschen. Ja, hier. Schwester Zeitung lesen, hatte ich gesagt. Hallo. Lesenpuppesen. So, Amadeus pinselt schön. So, Susi begibt sich an die Zeitung. Gefällt dir nicht? Komm, Alter, sieht gut aus. Hm. So, und dann wollen wir natürlich auf Dauer auch nochmal irgendwie so ein bisschen rumgemmen. Und zwar im... Oh, da kommt sie schon wieder. Wo ist sie? Was macht sie denn jetzt? Sie geht im Park Zeitung lesen. Das ist ja lustig. Ja, auch im Park kann es sehr schön sein. Netter Park. Diefspreise, bla bla bla, und so weiter. Wie sieht's denn mit Hotspots aus? Kampagne. Zwingt Politiker den Schreibtisch zu verlassen. Ja, so ist richtig. So, er malt noch. Dann gehen wir währenddessen mal kurz... Bommes, Grün, Weiß holen. Zawupp, zawupp. So, jetzt mal ganz kurz schauen. Inventar, da ist die Zeitung auch mit Sicherheit drin. Wochengeschehen nachlesen. Wochengeschehen nachlesen. Vielleicht finden wir da die Hotspots. Ich hab das noch nie gemacht mit der Zeitung lesen. Insofern, aber ich bestell die mal sofort ab. Oh, Susi hat Urlaubsgeld erhalten. Cool. Noch nicht einen Tag gearbeitet und schon Urlaubsgeld. Ja, super. So, okay. Ermäßigte Kurse suchen. Amadeus malt fleißig. So, Susi will was kaufen. Im Wert von 100 Pfeifen. Ja, okay. Das kriegen wir irgendwie hin. Und zwar würde ich mal sagen... Schmiere dein Pausenbrot. Okay. Und zwar würde ich mal sagen... Würde ich mal sagen... Wir kaufen... Wir kaufen... Was kaufen wir denn? Blöd. Müssen wir noch was... Ah, ja, genau. Genau, genau, genau. Und zwar kaufen wir... Wir kaufen... Wir kaufen... Natürlich nicht billig, aber gut, okay. So. 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 Das zentrieren wir auch mal. So. Schön in der Mitte. Das sieht auch ganz nett aus. Rock'n'Roll. Ja. Wundervoll. Okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So. Und was war hier noch? Da wollte ich ein paar Schränke... Beziehungsweise... Was kostet der Quatsch? Ganz kurz mal gucken. 50. Okay. Muss ich ganz kurz noch mal hier die Dinger einschalten. Hallo. So. Was war das für einer? Ne, das war der nicht. Genau. Und... Die Pfannen. So. Damit sind wir fast wieder pleite. Komm, hier so einen schönen Iger-Schrank. Damit sind wir auf 8 Dollar, meine Freunde. Nun gut. Dafür sieht die Küche sehr nett aus, finde ich. Das hier fahrt mal. Das hier fahrt mal, ja. Gut. Rock'n'Roll. Was machen sie? Okay. Was macht Amadeus von jetzt wieder für schöne Sachen? Ach ja, das war das stille Leben. Aber ganz schön bunt für so eine Staffelleine, boah. Okay, Rock'n'Roll. Jetzt haben wir es hier 14.48 Uhr. Kann man schon irgendwas Hotspots technisch erkennen? Sonst müssen wir doch in die Zeitung schauen. Jumm. Ah, da ist das Bild. Ihr habt es gesehen, wahrscheinlich. Das ist echt ein cooles Gemälde, was Amadeus hier macht, ey. We are the Ninja Turtle Heroes, oder wie heißt der Kram? Ja, aber ich muss sagen, die Wohnung gefällt mir sehr gut. Sie ist noch nicht fertig, das wissen wir ja, aber... Da kann man schon einiges machen. Ah, richtig. Das wollte ich ganz kurz mal gemacht haben. Und zwar, ich hoffe, das geht auf lau. Und zwar, und zwar, Popa, wollte ich hier, äh, Wandbelag, da hatte ich einen ganz witzigen gefunden, und zwar, den fand ich irgendwie ganz, oh, das kostet Geld, scheiße, das kostet zwar richtig Geld, aber egal. Das müssen wir uns jetzt einfach mal geben. Weil ich fand, das sieht ganz witzig aus, für eine Küche. Oh, cool. So. Zack. Die machen wir wieder runter, oder sagen wir mal auf Teil zumindest. Ja, schönes Apartment. Haha, gefällt mir. So, so sieht echt nur Urlaub. Okay, Amadeus. Wie weit ist dein Bild? Oh, drei Viertel, das ist cool. Cooles Gemälde, echt. Okay, Susi hat die Level 4 der Kunst erreicht, das ist auch schon nett. Allerdings will Susi immer noch ihren Roman schreiben. Das lassen wir es auch gleich mal machen, jetzt hier. Sie will das, wir brauchen auch Lebenspunkte. Schreiben. Hallo. Schreiben. 1984, L48, weiter schreiben. Zack. Cooles Gemälde, Amadeus, muss ich sagen. Gefällt mir, gefällt mir. Was wird das denn jetzt hier? Pflanzenkunde in Grün. Aha. So, okay. Ganz kurz gucken, ob man eventuell, jetzt ist ja Freitag, das heißt Wochenende, schon ein paar Hotspots ausmachen kann. Normalerweise werden die angezeigt. Man könnte auch in der Zeitung nachschauen. Aber ich fände es halt ganz gut, wenn die angezeigt würden, werden die normalerweise auch. Vielleicht brauchst du dafür abends, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ab in die Frames. So, das wollte ich auch mal ganz kurz gucken. Wie viele Lebenspunkte hat er schon? 8.000. Da kaufen wir uns mal. Und zwar kaufen wir uns, 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 uns. Wachsam hat er noch nicht. Hä? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ich dachte, das hätte er schon. Ach, das ist Susi. Gut, der hat nämlich, oh, der hat schon 17.000. Cool. Da kaufen wir uns nämlich mal, äh, der Abzucker. Legendärer Gastgeber. Das ist ganz cool. Dann können wir uns nämlich, äh, auch mal bald hier eine Party zu Gemüte führen. Äh, was gibt's hier noch? 10.000 hat er. Reich belohnt. Halte bei Abschluss von Gelegenheiten bessere Belohnungen und höhere Boni. Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Äh, kostet 10 Mülle, aber okay. So, der gute Amadeus hat das verkauft. Beziehungsweise, wir betiteln das mal. Ninja Hero. Okay. Okay, machen wir Heroes draus, okay. Und dann verkloppen wir das Ganze. Yeah, Rock'n'Roll. Okay. Was macht Anu? Was macht Anu? Amadeus. Zusammen tanzen. Nee, das wird jetzt erstmal nicht gemacht. Wir machen ein Stillleben. So, ein Stillleben von der schönen Staffelei. So, 1000 Pfeifen haben wir jetzt. Mal gucken, ob wir da jetzt hier ein bisschen... Ah, beziehungsweise ich wollte nochmal ganz kurz hier... Was kostet denn der Quatsch? So, weil ich hatte hier so ein paar schöne Dinge. Mh, Schlafzimmer. Oh, sie setzt sich an die Schießbude. Ah, die haben wir noch gar nicht gesehen. Die schöne neue blaue Schießbude. Okay. Das klingt natürlich jetzt erstmal scheußlich. Der erste Punkt klingt richtig widerlich. Ja, was will sie hier? Sim Gem, okay. Okay, da gehen wir mal ganz kurz ein bisschen Gas. Weil der erste Punkt doch echt schmerzhaft für die Ohren ist. Rock'n'Roll. Schneller, schneller, schneller. Time is money. Was will sie jetzt hier? Das Schlagzeug leer. Das kriegen wir gerade hin. Rock'n'Roll. Okay. Hätten wir das? Oh, was macht Amadeus denn hier für ein cooles Gemälde? Die Ninja Fighter? Rock'n'Roll. Das sieht ja gut aus. Sieht aus wie ein Computerspiel. Okay. Gut, wir gehen dann mal kurz Pommes grün weiß machen. Zack, zack, zack. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. So, hier seht ihr die Frames laden langsam nach. Langsam aber sicher, Gott sei Dank. So, was haben wir jetzt hier an Geld? 776 Pfeifen. Okay. Okay. Okay, Susi hat den Balken gleich hier voll für den zweiten. Das ist der dritte, der vierte, ich weiß gar nicht mehr. Fähigkeiten. Das ist Amadeus, der hat schon 7, das ist gut. So, Susi hat drei, das heißt, es wird der vierte Punkt. Okay. Ja, die Farben schmatzen schön. So, aber die Küche ist doch ganz nett geworden, ne? Ja, cool. Weil Susi ist ja eine begabte Köchin, ne? Und gut, ich meine, der Herd ist scheiße, der Kühlschrank ist scheiße, aber das kriegen wir alles hin. So, Amadeus. Amadeus, geh doch mal gucken. Gibt's hier eine Zeitung? Wochenendgeschehnisse nachlesen. Okay, das ist Susi. Soll sie mal machen. So, Susi hat Schreibfähigkeit 4 erreicht, das ist schon gut. Wobei, um Millionen von Tantiemen zu kriegen, braucht's noch ein bisschen. Ja, hier, Schwester Zeitung lesen, hatte ich gesagt. Hallo. Na. Lesen Puppesen. So, Amadeus pinselt schön. So, Susi begibt sich an die Zeitung. Gefällt dir nicht? Komm, Alter, sieht gut aus. So, und dann wollen wir natürlich auf Dauer auch nochmal irgendwie so ein bisschen rumgemmen. Und zwar im... Oh, da kommt sie schon wieder. Wo ist sie? Was macht sie denn jetzt? Sie geht im Park Zeitung lesen? Das ist ja lustig. Ja, auch im Park kann es sehr schön sein. Netter Park. Diefspreise, bla bla bla, und so weiter. Wie sieht's denn mit Hotspots aus? Mit Hotspots aus? Pfei. da war ja lustig.